er geht aber wie heißt der geist da steht es wieder heißt ganz oben was krepp was krepp gregory du 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 er reagiert auf alle das heißt wenn wir zusammen drin sind dann kann er mit uns reden hat man wenn wir uns hier was mit auf jeden fall leute sind heute phasmophobie unterwegs mit dem der nie hast du auch tasche lampe ich müsse immer das kann man alles mitnehmen hier was das um v lampe led zum gucken was ist das hier videokamera in dem buch mit temperatur wie wie wechsel ich die items genau wenn es er eigentlich gedrückt hält dann kann ich reden und geist hast du schlüssel auf geht's jetzt habe ich jetzt ja ist mit der tasche lampe weil du dir das was ist das denn ich kann es nicht nehmen wie wechsel ich denn die waffen waffen er hat die waffen vor allem dreieck wechselt das ist diese radiosender wie schweißen der deck also auf kreis ja so was hatte kann stau irgendwie was gucken ja kommt mal hier alles grüßen einfach mal einer aber wo ist gerade die temperatur ja ich mache keine ahnung was ich gerade mal uv lampe ok wo bist du geil so wirst du wie alt bist du nein das habe ich die kamera angemacht ist die kamera aufstellen kann man nach poppels oder wie die heißen gucken egal wo bist du im garage ist auch oh mein wo ist er er war bei mir im flur stand aber hinter mir mein licht hat geflackert hier am flur war er ja der war auf einmal hier jetzt gesagt hat wo bist du auf einmal stand da hinter mir das war so ein komischer zombie so ein rot so ein fleischiger typ halt und schreibe in das buch macht macht die kamera mal hier ein ich mache ich das geist wenn du mich hörst schreibe in das buch rein da gibt es auch manchmal noch so knochen oder so ah ja knochen waren hier hier in der küche habe ich echt gesehen aber wo ist die küche wo bist du nein gibt uns ein zeichen nein gibt mir kein zeichen lass die tür da ist die tür aufgegangen das licht aus guck hier hier ist ein knochen hier ist ein knochen äh hä keine minus temperaturen der knochen ist weg der lag hier habe ich den in der hand da hast du ja nein hast du eingesammelt das gibt extra punkte also extra geld glaube ich ah perfekt immer eine vorlampe hier ist eine garage nein hier sind auch 20 grad ich bin in der garage bist du im keller bist du freundlich da ist glaube ich schon freundlich weil der stand halt die instant vor mir aber hat halt nicht gesagt denn ja ich gehe mal in den truck ja ich bleibe bei mir ich bleibe hier nicht oh das sind aktivitäten er macht grad was aber was ist das denn dein lebe ist runter auf 75 weiß es noch über 90 ja der hat jetzt jetzt gibt es eine ansage da gibt es auch ey guys komm her ich zieh dir die ohren lang kannst du mal das licht ausmachen wo die kamera ist äh mondzimmer ja ich guck in der kamera was wegen bubbles oder willst du gucken ne auf der statur mach schnacht sich dann ok wenn da so weiße punkte rumfliegen sind das bubbles da war schon mal ein äh da ist was bist du das ja das bist du ja was aber ist das nicht hast du das licht ausgemacht ja ok siehst du weiße punkte ne oder ist sie gar nichts kann ich die kamera hat die kamera weggemacht hat die kamera weggemacht hat die maus ich sehe es halt genau du bist halt genau in der mitte gerade du stehst vor dem sofa ne ja also ich habe ihn ja gesehen aber ich weiß halt nicht was das für einer ist ist bist du freundlich gib uns ein zeichen ne gib mir kein zeichen ne 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 da macht er gar nix geist wo bist du nach o tür wo hübs APPLAUSE wo ist die tür aufgegangen ich glaube hier da badezimmer kinderzimmer wo ist die tür aufgegangen bist du ein badenzimmer oh mein gott hier ist der schrank offen bist du am duschen kannst du da kannst du dich auch verstecken wir wollen das auch in der schränke wie geht das auf wo bist du bist du schon am kinderzimmer wo ist er die lichter flackern dann handelt er ich komme nicht raus ich weiß wie die türen ja ich beruhig dich scheiße wir sind freundlich du auch die kamera dahin oder mal wo kam der gerade bei mir kann der flur das heißt der muss da ja in diesen kinderzimmer hocken irgendwo weil du warst ja da drin hast du fingerabdrücke neger an die türen geist warte mal die sprechbox geist macht dich bemerkbar der haut ab ich habe ich guck kurz puppels aktivität war gerade auf neun du hast nur noch 39 prozent leben wo für einmal wie sterbe ich denn die zeit ich sehe gar keine puppels temperaturs auch keins hier ist der sprechmann ich höre die ganze zeit sounds das macht mich irre aktivität 10 jetzt ist auf sechs aktivität war auf zehn grad jetzt hat er sich beruhigt tschüss ja gerade wo ich da lange laufen bin da ging es hoch ne hab jetzt so ein gerät wo ich dinge messe kann warum sieht hier alles aus ich habe es nicht ausgemacht er hat strom ausgemacht ist deine stromrechnung zu hoch hey guys hast du deine stromrechnung nicht bezahlt nein das hindert zu 100% ich suche den sicherheitskasten das ist bestimmt in der garage ja hier ist er das wie mache ich den auf guck mal bei mir in der garage bin ich r2 r2 wo bist du ja hier naja ok jetzt doch ober der an oh ja wird es an dicht lang da hat er in die box ins buch geschrieben wo kann man denn wo kann man denn sehen ich weiß was ich weiß was das ding geht hoch wo bist du ich war was hier auf 2 was ich halt aber geil finde 1 was ich geil finde das über phasmophobia wirklich so das glaubt auf deutsch haben oder das ist krass er hat mich 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 er hat dich doch wo bin ich bis h h und lehrler beschädigt ich bin grad zu einkommen bin ich jetzt geist ja ich kann nicht lang laufen Oh, Ding steigt hoch, der Ding auf 3 Hier liege ich einfach mit dem Kopf an der Wand Alter, der liegt da flach Oh, die Lampe ist explodiert Was macht er da drin? Scheiße, der hat mir voruntergezogen Ich bin gestorben wegen dem Pedder Warte mal, ich guck nach Bubbels Ich kann auch nichts mehr machen Kann ich dir irgendwie was öffnen? Kannst du Sachen heben? Nein Oder Der, wie ich da liege Ja, warum sind die Lichter aus? Beruhige dich, ich bin freundlich Jetzt Komm, geh zur Garage, mach den Strom wieder Ach so Hab die Musikbox an Steps Ach, das ist seins Bist du hier? Wo bist du? Geist Äh, nee, kann ich auch noch mit dir reden? Nee Digga Wie alt bist du? Das gibt mir vor die Annabelle weit Ja, hier in dem Schlafzimmer Hier drin war er Da ist er vor mir gehockt Der ist mir dann im Flur entgegen gerannt Siehst du ihn? Nein, ist sie gar nicht Ist du im Schlafzimmer? Der kam mir hier entgegen Hier im, was ist das? Kinderzimmer? Ja, Kinderzimmer Ist du hier? Der kam aus dem Kinderzimmer bei mir Dann ist er hier lang gelaufen Und dann hat er mich da geholt Ich hab ihn wie am Schlaf Im Schlafzimmer gesehen Also Aber was ist das für eine Für einer? Komm mal, Fingerabdrücke Weil man muss doch irgendwie eingeben, was das für eine ist Ja, aber wir haben keine Hinweise Doch, ich hab noch Knochen gewonnen Hey, das ist kein Hinweis Das ist so Bonus-Ding Kann man irgendwie, wenn man die jetzt Wenn man das jetzt, ähm Macht und den So gesehen Sagen wir, welcher Welcher das ist Sind da Bilder? Oder muss man den Namen wissen? Den Geist Oh, die Lichter flackern Räuge der! Ja, hier ist alles aus Keine Fingerabdrücke, keine Musikbox, gar nix Soll ich, äh, in der LKW? Ja, ich glaub, wär am besten, oder? Ja, komm, bevor ich stirb Weil jetzt verliere ich meine Ausrüstung, ja Oh, Aktivität war auf 10 wieder Und guck mal, ich hab nur noch 21% Leben Mhm Wo kann man denn abstimmen, was das für eine ist? Das für ein LKW Das kann man gleich sehen Das kann man gleich sehen Ein Oni Ich hab 50 Dollar, ne, wie viel? 75 Dollar gekriegt Ich hab 37 bekommen, weil ich nicht gestorben bin Ja Oh Oh Okay, machen wir jetzt noch eine Dann Ja Oh, das Haus ist, äh, zweistöckig Carlos Valka reagiert auf alle Kommen den Geist Bitte mit dem EMF Messgerät beweisen Ich hab jetzt die UV-Lampe Und Was hab ich noch? Temperatur Box Und ne Kamera hab ich Öffne das Steht irgendwo, wie man die Items Äh, richtig einsetzt Büssel Let's go EMF Detektor Was ist denn das? Hast du den? Oh je Ja, natürlich, Digga Warum nicht? Der will, kenn ich Guck mal, wie's da drin aussieht Ja, Bruder Ja, 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 Digga Was zur Hölle ist das denn? Hallo, Geist Ey, ich hör jetzt schon Sounds Ich hör Steps Oh, Slick Ich hör, ich hör, äh, Geräusche Als wär hier irgendwo grad, wär ja lange laufen Das war doch Riss, oder? Weiß nicht, stell ich mal hier hin Äh Bist du freundlich? Oh, da hat die Schuhe umgeworfen Hier Bist du hier? Bist du hier? Sind das deine Lieblingsschuhe? Oh, sind das Nike Air Max? Willst du mir deine neue Schuhe schenken? Boah, die neuen Nike T-Ns Würde ich auch gern haben Wird er glaub irgendwo sein Aber er redet mit der Box nicht Bist du hier? Hier hin Junge, geh doch auf, Junge, ja Wie alt, pischst du? Warum ist das rotes Licht? Ja, hier Alles rot Richtig rustig Boah, Junge Hey, diese Türen Spricht zu mir Gast Äh, Gast Geist Spricht zu mir Geschwind Wie, wie hieß er nochmal? Hallo, Sabani Weiß jetzt gar nicht Hab ich jetzt gar nicht gesehen Okay, warte mal Ah, Carlos Valka Carlos Valka Bist du hier? Boah, die Temperatur ist auf 59 Echt? Mhm So warm Die steigt Die steigt immer höher Steigt Guck Ah ja Carlos Valka Carlos Valka War oft sein Name Sagt, war da aggressiv eigentlich Übrigens, diese Tür, ne Die hier war Die hab ich Die hab ich zugemacht Die hab ich zugemacht Und das Licht war aus Ich hab die Tür jetzt wieder offen Und das Licht ist an Äh, Licht Die Tür war offen Und das Licht ist aus Carlos, wo bist du? Carlos, Alter Komm, ich nehm Sein Schuh mal Seine Schuhe Carlos, ich klaue jetzt deine neue Schuhe Wer macht das Sinn aggressiv? Carlos, Danny hat deine Schuhe an Carlos Valka Als ob ein Geist Carlos Er hilft Der reagiert auf gar nix Ich weiß noch nicht, wie der heißt Kannst du gucken, Touchpad und dann bei Überblick Ah Ach, du Scheiße Wie viele Da steht Carlos Valka Reagiert auf alle Oder irgendwas Hm Touchsteps Carlos Machst du Sport Ich find den nicht Der steht bei mir nicht Touchpad Auf Überblick Dann links oben steht Ah, Name Carlos Valka Ist das Ist das der Geist Oder sind wir das? Weil ich sehe jetzt Bei Geister ist kein Name Der Name von ihm Oh, oh Aktivität auf vier Alter, der hat mich voll runtergefressen 51% Wir bauten das Geisterbuch Hast du Kamera Hast du Kamera aufgestellt? Nee Hätte ich geguckt Wie stell ich die auf? Auf L2 oder R2 muss ich gucken Und dann musst du sie drehen Dann in die Ich stell die mal ins Wohnzimmer Ähm Ich hab jetzt so eine EMF Wader Hoch geht Für Aktivitäten So Okay, Kamera ist aufgestellt Carlos Valka Wenn ich jetzt hier reingehe Dann sehe ich doch Normalerweise sollte ich noch Dann die Kamera sehen Hier lohnt es sich kein Licht anzumachen Carlos Valka Ich glaube ich hab die Dings ausgemacht Hab ich die Kamera ausgemacht? Siehst du nix? Also wenn ich jetzt die Kamera hierhin stelle Na, die ist ja jetzt da Aber ist die jetzt an oder ist die nicht an? Doch, die müsste ich glaube an sein Warte mal, guck mal Aktivität 0 Warte, ich schau an Ja, ist er? Ich rede, ja Carlos Komm zu mir Alter, warum frisst der Oh, Aktivität auf 5 Carlos, komm zu mir Geschwind Aktivität auf 9 8 Tippe 6 Oh, 4 Jetzt ist er runter Ne, keine Puppels Warum frisst er mich so viel runter? Ich hab nur noch 37% Der Hand hat bestimmt Carlos, wenn du mich hörst Komm ins Wohnzimmer Mal nachräumen, ich hab Tür gehört Carlos Valka Der ist hier unten Der ist hier unten irgendwo Ich hab die Tür gehört von hier unten Von da hinten irgendwo Ich steh im Flur, Digga Ein Ding hier Carlos, komm ins Wohnzimmer Geh mal in den Keller Bist du im Keller? Carlos, was ist das mit deinem Haus? Warum ist das hier überall rot? Carlos, gib mir ein Zeichen, wenn du im Wohnzimmer bist Zeige dich Einer Aktivität 0 Grad Carlos, wenn du im Wohnzimmer bist Mach den Fernseher an Alter, wie crazy es hier aussieht Die ganzen Augen Bist du ein Maler? Komm ja mal nach hinten, wie das aussieht Kann ich mal bei dir ein Praktikum machen? Du machst das sehr gut mit der Wandgeschaltung Geh mal da rein Da rein, guck mal, wie das aussieht Da, Junge, oha Achtung, er handelt Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh, oh Oh, Aktivität im Mund Ich hab, äh, Mund Äh Der Vader tritt, du hast aber auch 5 Weiche Oh, ich rein Er quatscht Ah, da ist er Ah 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 Ich bin tot Nein Warum stimmst du? Er hat gequatscht Stumm Ah Da aus dem Lieblingsraum kam er hinter raus Wie? Ah Er steht da Ah Mann, die stehst du auf Ist so ein normal mit der Axt Ja Junge Oh je Was machen wir jetzt? Warte mal Warte mal, wäre ein Gefriertemperatur Entkommen dem Geist während einer Jagd Ja Ist doch Ziel Nein, die hab ich noch nicht Da steht links hier im Raum Jetzt nicht mehr Er kam dorthin da raus Mit den Augen Da stand er und hat mich angequatscht Alter, der war richtig schnell Carlos Jag mich War nicht so gemein War nicht so gemein War nicht so gemein Carlos Nein, aber ich seh ihn nicht Ich aber Du Warte mal, wer ein Gefriertemperatur gehabt Ich hatte den Äh Feld im Mund Mach mal Gefriertemperatur Aber Es sind noch zwei Dinger Warum bin ich nur nach oben gegangen? Buch hat er auch nicht geschrieben Oh Du willst, kannst du abhauen Ja, wie geht das? Warte, nimm mich mit Warte Wie geht das wieder auf? Ah Komm nicht rein doch jetzt Ich bin drin So, und jetzt? Scheiße, Alter Alter, du hast 14% Leben Ich weiß Mich hat er voll geholt Boah, Junge Okay, wenn man sagt, es war's, oder? Ja Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen Ihr könnt gern beim Nico vorbeischauen Der Link ist in der Videobeschreibung So, sehe ich das auch Lasst ein Like und ein Abo da Bei uns beiden Dann Ciao Dann haben wir uns beim nächsten Mal Ciao, ciao Ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin